Leute, nach einem fast 8%igen Kursanstieg am Freitag verharrt Bitcoin das Wochenende über erst einmal knapp unter der 64.000 US-Dollar-Marke. Welche nächsten interessanten Trading-Möglichkeiten du hier hast, sowohl Longs als auch Shorts, verrate ich dir in der heutigen Bitcoin-Analyse. Ebenfalls werden wir über die Altcoins sprechen, vor allem über Dogecoin, denn hier gibt es extrem bullische Nachrichten zu vermelden, die ebenfalls einen über 20%igen Kursanstieg aus unserem Kaufbereich ausgelöst haben. Dazu werden wir über die Top 10 Altcoins einmal sprechen und hier vor allem die Wachstumszahlen der Nutzer über die letzten 6 Monate beleuchten. Höchst interessant, was sich daraus ableiten lässt und zum Abschluss gibt es noch eine kurze knackige Chartanalyse zu Warmhole, ein Projekt, was wir noch gar nicht hier auf diesem Kanal analysiert haben, denn hier scheint es nach einem initialen Abverkauf hier in die Bodenbildung einzutreten und die nächste große Kursbewegung gehen Norden könnte kurz bevorstehen. All das in der heutigen Analyse, von daher unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Falls dir das heutige Video gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Wertung freuen. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern und falls du komplett neu hier bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen und Informationen profitieren. Wir verschweigen keine Zeit, legen direkt los. Let's go! Damit wieder einmal herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Analysen rund um Bitcoin, Ethereum und Co. Und Leute, heute ein durchmischter Tag hier auf dem Kryptomarkt. Nach initialen Erholungsbewegungen am Freitag und Samstag sehen wir heute ein paar Projekte gainen, ein paar Projekte losen. Für uns erfreulich unter anderem bei den Top Gainern mit dabei. Bei Avalanche, Avax, Render, R&DR oder auch Dogecoin allesamt zuletzt hier auf der Crypto Wall Street analysiert, identifiziert. Sie befinden sich in ihren interessanten, relevanten Trendwendebereichen, Kaufbereichen und wir sehen erst einmal schöne Reaktionen da heraus. Von daher Happy Profits über den Top Loser des Tages, wie auch Warm Hole genannt, werden wir am Ende dieses Videos eine kurze Analyse zu fahren. Denn hier findet aktuell eine Bodenbildungsphase statt, die die nächste steile Kursbewegung gegen Norden mit sich führen könnte. Aber zuerst lasst uns fokussieren hier auf Bitcoin. Was hat sich getan seit unserem gestrigen Update? Bitcoin-Trendwende, geht der Bitcoin-Bullrun jetzt weiter? Falls du es nicht gesehen hast, für dich kurz eingeblendet, schau es dir unbedingt an, jede Menge mehrwerthaltige Informationen dort zu finden. Und aktuell hat sich nicht viel getan, Leute. Wir befinden uns in einer Konsolidierungs-Seitwärtsphase über das Wochenende. Wir verharren knapp unterhalb der 64.000 US-Dollar-Marke, nachdem wir eine über 7%ige Kurssteigerung hier am Freitag verzeichnen konnten. Ebenfalls eine wunderschöne Reaktion, haben wir ausführlich darüber gesprochen, auch auf ex-Twitter immer wieder öffentlich geteilt. Der Short-Term-Holder RealizePrice hat hier wunderschön, wie in jedem anderen Bullrun, auch wieder als Support gedient. Und wir sehen eine wunderschöne Kurssteigerung aus diesen Regionen. Wo steht denn Bitcoin jetzt aktuell? Erstens, wir stehen exakt am 50er EMA hier in der Tageschart, liegend bei 63.884 US-Dollar. Da stößt sich aktuell Bitcoin den Kopf aus. Wo könnte der nächste interessante Short-Bereich liegen? Hatten wir auch gestern schon einmal kurz darüber gesprochen. Wir befinden uns aktuell verlaufend in dieser weißen bärischen Struktur. Die relevanten Trendwende-Bereiche der Bären wurden auch zuletzt hier respektiert. Wir sehen nach dieser Kursbewegung gehen Süden auch ein weiteres tieferes Tief. Dementsprechend sind wir hier aktuell noch in einem kurzfristigen Downtrend gefangen. Den müssen wir erst brechen, um von weiteren bullischen Kurssteigerungen ausgehen zu können. Und vor allem müssen wir auch erst dieses bärische Wende-Level hier brechen. Doch hier ist erst einmal mit Verkaufsdruck zu rechnen. Und hier müssen wir mit dem nächsten Rücksetzer erst einmal von Bitcoin ausgehen. Dementsprechend dieser Bereich 64,6 hoch bis 67,3 für die Shorter. Soweit erst einmal interessant. Und auch gestern hatten wir über ein interessantestes Level hier gesprochen. Nämlich die unteren Level 50er und 55,9er. Wieso, weshalb, warum? Aus der Liquidation-Sicht heraus. Wenn wir uns das einmal kurz anschauen. Speziell hier in der 7-Tages-Chart. Da liegt noch ein wenig Liquidität knapp über uns. Über oder oberhalb des letzten Hochs startend bei 64.800 US-Dollar ungefähr. Reicht hoch bis 65,2. Da ist interessante Liquidität zu finden. Was soweit erst einmal den unteren Leveln dieses Wende-Bereiches entspricht. Dementsprechend hier, wenn man einen Short wagen möchte. Ganz wichtig, keine Anlageempfehlung hier auf diesem Kanal. Ich kann immer nur davon sprechen, wie ich den Chart interpretiere, bewerte. Und hier letzten Endes nach SK-System handeln würde. Dementsprechend hier die interessanten Short-Marken zu verzeichnen. Aktuell müssen wir auch davon ausgehen, dass Bitcoin noch einmal einen Rücksetzer ansetzt. Wieso? Denn diese letzte Kurssteigerung war soweit erst einmal ungesund. Denn wir haben mit diesem Anstieg soweit, genauso wie wir mit diesem Abstieg, gigantisch viele Shorts reinbekommen haben. Mit diesem Anstieg jetzt gigantisch viele Longs reinbekommen. Leute, ihr seht, hochgehebelte Positionen knapp unter uns überall zu finden. Reichen runter tatsächlich bis hin zu 59.400 US-Dollar. Wir sehen es ebenfalls hier im Cumulative Liquidation Levels Delta zuvor. Mit diesem Abverkauf die Shorts danach maximal at risk. Wir sind von einem Short-Street ausgegangen. Der ist erfolgt. Jetzt sehen wir die Longs hier maximal at risk. 405 Longs versus 58 Shorts und die größeren Volumina Spikes der Liquidations auch gegen Süden hier zu finden. Dementsprechend müssen wir uns erst einmal darauf befasst machen, dass wir noch einmal absacken hier in Bitcoin. Dementsprechend natürlich auch diese Shorts hier maximal gefährdet, hier herauszuliquidiert zu werden. Wo wird es denn dann wieder interessant, in den nächsten Long zu switchen? Aktuell habe ich noch eine Long-Position offen vom Short-Term-Holder Realized Price bei 58.400 US-Dollar eröffnet. Diese halte ich auch noch weiterhin, ist aber nur noch ein Drittel der Margin drin. Dementsprechend suche ich natürlich auch wieder eigenständig nach neuen Long-Einstiegen. Und für mich liegen diese jetzt aktuell im entgegengesetzten Korrekturlevel dieser Aufwärtsbewegung. Das nächste Bullish-Level ist hier zu finden, Leute, 60.500 US-Dollar runter bis 59.184 US-Dollar. Und wenn wir uns das Ganze noch einmal übereinanderlegen mit den Liquidation-Leveln, dann starten diese hier bei 61.8, gehen aber runter bis 60.5 und wie eben noch einmal hervorgehoben 59.4. 60.5 runter bis 59.4 ist exakt dieser Trendwendebereich. Dementsprechend werde ich mich hier als nächstes wieder Long positionieren. Und selbst, der handelt aktuell genau zwischen diesen beiden Trendwendebereichen, steht damit für mich in einer sogenannten No-Trade-Zone. Hier würde ich weder einen Long noch einen Short eröffnen. Die interessanten Short-Möglichkeiten hatten wir gerade besprochen, liegen hier knapp über uns. Die interessanten Long-Möglichkeiten liegen hier aktuell knapp unter uns. Falls du Fragen zur heutigen Analyse hast, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Unterhalb dieses Videos gehe ich gerne darauf ein, beantworte diese gerne oder join auch gerne unsere kostenlose Telegram-Gruppe. Link findest du in der Videobeschreibung. Dort kannst du dich tagtäglich mit über 4.000 Mitgliedern austauschen, Kryptoanalysten, Investoren, Trader als auch mit mir zwischen diesen Videos in Interaktion treten. Machen wir direkt weiter mit den Bullish-News rund um Dogecoin. Was ist hier passiert, Freunde? Tatsächlich entwickelt sich der Meme-Coin weiterhin zu einer legitimen Zahlungsmöglichkeit bei Elon Musks Tesla. Alle wissen es, Elon Musk, großer Dogecoin-Fan, bereits im März bei seinem Besuch in der Nähe von Berlin bei der Tesla Gigafactory hatte er scherzhaft, habe ich ja im Video-Ausschnitt gesehen, Doge to the Moon gesagt, die Crowd hat es gefeiert und er hat tatsächlich auch angeteasert. Potenziell könnte es in Zukunft dazu kommen, dass man irgendwann mal mit Dogecoin für die Tesla-Autos selbst bezahlen kann. In diesem Fall geht Tesla jetzt den ersten Schritt, denn sie haben tatsächlich auf ihrer Website Folgendes implementiert. Neben den gängigen Zahlungsmöglichkeiten wie American Express, Discover, Mastercard, Visa oder auch Apple Pay kommt jetzt eine neue Note dazu. Dogecoin may also be accepted on select products. Was sind diese select products? In diesem Fall erst einmal Merchandise. Das ist der erste Schritt hin zur Integration von Dogecoin als Zahlungsmöglichkeiten. Die Anleger das natürlich erst einmal positiv aufgenommen. Wir sehen einen über 20%igen Kurspump von unserem ersten Level des Kaufbereiches. Schauen wir uns das einmal kurz aus der Chart-Technik an. Was haben wir denn hier in Dogecoin? Wir haben aktuell eine aktivierte Sequenz. Wir haben diese bereits ganz ganz kurz vor das Ziel-Level gebracht. Aus meiner Sicht hat der Markt noch mehr Potenzial, höhere Ziel-Level hier anzulaufen, wie beispielsweise die 200er Extension bei 27 Cent. Dementsprechend haben wir ein erneutes BC-Korrektur-Level gezogen, welches in der Range liegt, lag, weiterhin liegt. 14,1 Cent runter bis 11,1 Cent. Und ihr seht, was passiert ist. Der Markt ist reingestochen nach seinem Peak in eine Region von 23 Cent zur Korrektur angesetzt. Einmal reingestochen, initial herausreagiert. Noch einmal ein tieferes Tief mit dem Flash Crash eingeleitet. Auch wunderschön hier am 200er EMA im Tagesschart reagiert. Und jetzt sehen wir ein wunderschönes Herausstarten auf Basis dieses Katalysators in Höhe von 20 Prozent. Wo geht die Reise hin für Dogecoin? Hier erst einmal kurzfristig hatten wir eben drüber gesprochen. Mittelfristig Regionen von 27 Cent. Aus meiner Sicht definitiv erwartbar. Kurzfristig haben wir soweit erst einmal das entgegengesetzte Korrektur-Level. Da ist der Markt schon fast rangewegt. Bei 17,5 Cent hoch bis 19,2 Cent. Dementsprechend ist das soweit erst einmal auch ein Bären-Level, was hier aus Bullensicht in diesem Fall herausgenommen bzw. gebrochen werden muss, um erst einmal in Richtung des letzten Hochs und dann in Richtung knappe 27 Cent zu klettern. Untergeordnet haben wir noch nichts, Leute. Auch denkt daran, diese Kursbewegung auf diesen News basierend der Markt neigt gerne dazu, eine Kursbewegung abzubauen. Dementsprechend könnte der Markt auch hier noch einmal in die interessanten Region von 14,1 Cent runterfallen. Dann machen wir direkt weiter mit den nächsten News oder einer Analyse von Sentiment in diesem Fall, die genauer geschaut haben auf die Top 10 Coins. In diesem Fall ganz wichtig Binance Coin und Solana hier ausgeklammert. Und haben einmal geguckt, wie sich die Nutzerzahlen über die letzten sechs Monate entwickelt haben. Und da sehen wir erst einmal folgendes. TonCoin, der aktuell liegt auf Rang 9, der hat am meisten User gewonnen. Aber jetzt schaut euch einmal bitte Folgendes an. In diesem Fall sind zwar 110% Growth, doch es sind in diesem Fall nur 16.800 Wallets hinzugekommen. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Man hat jetzt roundabout, sage ich mal, diese 16.800 Nutzer und man steht auf Rang 9, Leute. Mit einer Marktkapitalisierung von 19 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend halten hier ganz, ganz wenige Parteien diesen Coin und machen tatsächlich, sage ich mal, diese Marktkapitalisierung von 19 Milliarden US-Dollar aus. Nehmen wir jetzt einfach mal beispielsweise Dogecoin, 23 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung. Wenn wir uns das einmal kurz hier bei Sentiment anschauen, nämlich Rang 2, hat 27% Growth, Wachstum hingelegt und ist jetzt insgesamt bei 6,6 Millionen Wallets angekommen, Leute. Das ist gigantisch und dementsprechend auch viel, viel dezentraler aufgestellt. Also viel, viel weiter verteilt der Supply als beispielsweise bei TonCoin. Ich selbst bin kein TonCoin-Investor. Und wenn ich das sehe, möchte ich auch gar nicht in diesen Coin investiert sein. Denn es gibt hier Wale, die, sage ich mal, die Masse des Supply halten und dementsprechend auf einen gedumpt werden kann. Ebenfalls bereiten sich ganz, ganz viele Marktteilnehmer auf weitere Injektionen von Kapital in den Kryptomarkt vor. Wie werte ich das oder woraus lese ich das? In diesem Fall sehen wir hier einen Anstieg bei USDC-Wallets und USDT-Wallets. Natürlich, was macht man mit den Stablecoins? Man möchte diese investieren in andere Projekte. Ethereum mit 11% Growth, Bitcoin mit 10% Growth. Hier in diesem Fall 7% der XRP Ledger, Chainlink mit 6% und jetzt höchst interessant, Leute. Hier Cardano, ADA mit keinem Prozent Growth. Wir stehen zwar weiterhin bei 4,5 Millionen Wallets, in diesem Fall die Cardano, ADA halten. Doch wir sehen kein Wachstum, Leute. Wir sehen es auch im Cardano-Preis. Erst einmal sehr, sehr ruhig aktuell. Für mich soweit erst einmal kein gutes Zeichen hier für Cardano. Das soweit erst einmal zum Wallet-Wachstum der Top 10 Coins. Und jetzt zum Abschluss an Cut machen wir direkt weiter mit Warmhole. Was ist Warmhole? In diesem Fall ist es eine Interoperabilitätsplattform, die Cross-Chain-Aktivität fördert, Transaktionen durchführen lässt. Partner hiervon sind unter anderem Circle, der Herausgeber von USDC oder Uniswap. In diesem Fall war es ein Airdrop. In diesem Fall haben ganz, ganz viele Menschen, die diesen Airdrop bekommen, den Markt erst einmal gedumpt bzw. den Token gedumpt verkauft. Und jetzt sind wir tatsächlich hier anscheinend in einem Equilibrium-Roundabout zwischen knapp 67 Cent und der 45 Cent Marke angekommen. Eine Bodenbildungsphase findet statt und wir haben tatsächlich auch schon den Breakout hingelegt. Leute, wir sind aus dieser Konsolidierungs-Seitwärtsphase ausgebrochen. Und ihr wisst, was das heißt. Sequenzaktivierung nach SK-System bereits eingezeichnet. Wir haben den ersten Impuls. Wir haben eine Konsolidierungs-Seitwärtsphase mit, ganz wichtig, höherem Tief im Vergleich zu unserem Nullpunkt. Und danach, ganz, ganz wichtig, genau das, was wir jetzt mit diesem Hoch gemacht haben, ein höheres Hoch im Vergleich zu unserem A-Punkt. Und damit diese Sequenz aktiviert, zeichnen wir uns noch einmal gemeinsam ein mit dem Trend-basierten Fibonacci-Extensionstool. Und da kommen wir auf kurzfristige Ziel-Level für dieses Projekt. Hier in den Regionen von 95 Cent hoch bis knapp 1,05 Dollar. Dementsprechend hier die 1-Dollar-Marke wieder in Reichweite. Und wir befinden uns aktuell auf der Strecke B zu unserem Ziel-Level C. Ganz klar nach Regelwerk gelöst. Wir ziehen uns dadurch das BC-Korrektur-Level und damit haben wir einen interessanten Wiedereinstiegsbereich für dieses Projekt. Kurzfristige Long-Möglichkeit bei 65 Cent runter bis 60,8 Cent. Das ist der nächste bullische Trend-Wende-Bereich. Hier gehe ich davon aus, dass wir die nächste Trend-Wende ansetzen und dann Höhehochs in Richtung Ziel-Level erreichen. Falls du das Ganze traden möchtest mit mir, mit der Community gemeinsam, dann kannst du das Ganze ebenfalls hier auf BingX machen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Du hast die Möglichkeit, über 6.900 US-Dollar Boni abzustauben. Einer der stärksten Kryptobörsen hier in dem Crypto-Space. Sehr, sehr geringe Gebühren, jede Menge Token, die du da traden kannst. Ebenfalls zum dritten Mal in Folge zum besten Crypto-Broker weltweit von den Nutzern von TradingView gewählt worden und ebenfalls EU-anerkannt. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung, würde es damit ebenfalls meine Arbeit unterstützen. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das heutige Video gefallen hat. Falls dem so ist, gerne eine positive Wertung dalassen, auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern. Und wie gesagt, falls du komplett neu bist, gerne rein abonnieren und tagtäglich von diesen Analysen und Informationen profitieren. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Sonntag, Leute. Macht das mal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.